Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيتنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht wo wir jetzt nach einer glaube ich einwöchigen Pause oder zweiwöchigen Pause mittlerweile zweiwöchigen Pause weitermachen werden inshallah ta'ala mit der Geschichte eine Woche oder zwei Wochen aber ich habe einmal einen anderen Vortrag gemacht genau also zwei Wochen genau also zu also wo wir weitermachen wollen inshallah ta'ala mit unserer Reihe über die Prophetengeschichten und wir hatten vor zwei Wochen jetzt oder drei Wochen ich weiß das nicht mehr genau begonnen gehabt über einen gewaltigen Propheten zu sprechen einen der gewaltigsten Propheten überhaupt nämlich über den Gesandten Allahs Nuh Aleyhisselam und wir hatten zunächst erst einmal eine Einleitung dazu gemacht gehabt und aufgezeigt welche Stellung Nuh Aleyhisselam unter den Propheten hatte welche Stellung hatte er denn welche Stellung hatte Nuh Aleyhisselam sehr gut er gehörte zu den Ulil Azim wer waren die Ulil Azim kannst du das auch noch gleich erklären also was bedeutet das Wort Ulil Azim Ulil Azim waren besondere Propheten mit ich glaube die hatten besondere Bücher sie waren besonders entschlossen gewesen hatten eine besondere Azime gehabt eine besondere was Entschlossengeheit gehabt bei der Verkündung der Botschaft Allahs und wer waren diese fünf Ulil Azim gewesen Musa, Isa, Ibrahim Nuh und Muhammad das sind die fünf Ulil Azim unter den Gesandten Allahs Nuh Aleyhisselam ist das Weiteren der erste Rasul den Allah Ta'ala gesandt hat und auserwählt hat und wir hatten ja den Unterschied auch gelernt gehabt zwischen Rasul und zwischen Nabi um nochmal das zu wiederholen Insha Allah Ta'ala ein Rasul ist jemand den Allah Ta'ala gesandt hat auserwählt hat ihm eine Offenbarungsschrift offenbart hat und ihm befohlen hat diese zu verkünden während ein Nabi jemand ist den Allah Ta'ala auserwählt hat mit der Offenbarung aber sonst nicht unbedingt von ihm verlangt hat eine bestimmte Botschaft zu verkünden sondern in der Regel der auch nochmal Anhänger gewesen war eines Rasuls also mit anderen Worten er stützt sich auf die Offenbarungsschrift eines Rasuls wie die ganzen Propheten der Banu Israel welche sich auf die Offenbarung von wem stützten von Musa a.s. sie waren alle Anbiya aber sie waren keine Rasul sondern Musa a.s. war ein Rasul gewesen und Nuh a.s. ist der erste Rasul unter den Menschen gewesen und hier gibt es diese schöne Überlieferung ich glaube wir hatten sie das letzte Mal nicht erwähnt gehabt die wir in Bukhari und Muslim finden von Abu Hurayr r.a. dass der Prophet s.a. ist eine lange Überlieferung über die Schafaa über die Vorsprache über die Fürsprache die Schafaa am jüngsten Tag sprach und der Prophet s.a. berichtet dass die Menschen sich an die Propheten richten werden und sie werden versuchen die Propheten dazu zu bringen Fürsprache zu machen für sie damit der jüngste Tag endet weil er so gewaltig ist dieser Tag die Sonne ist nur eine Meile von den Köpfen der Menschen entfernt Allah ta'ala erzöhnt an diesem Tag wie an keinem anderen Tag und sie gehen zunächst einmal zu Adam und sagen du bist der Vater der Menschheit Allah hat dich mit seiner Hand erschaffen hat von seinem Geist dir eingehaucht und er hat den Engeln befohlen so dass sie sich vor die Nieder geworfen haben und er hat dich das Paradies betreten lassen willst du nicht einfach mal bei deinem Herrn für uns ein Wort einsetzen siehst du nicht in was für einem Zustand wir uns befinden wie weit die Sache mit uns gegangen ist woraufhin dann Adam antworten wird mein Herr ist heute sehr zornig er war noch nie zuvor so zornig und er wird nie wieder danach so zornig sein und dann erwähnt er den Fehler den er gemacht hat und er sagt Adam er hat mir verboten von dem Baum zu essen aber ich habe nicht gehorcht ich selbst geht zu jemandem anderen und dann gehen sie zu und jetzt kommt das worauf wir hinaus möchten wir nicht die gesamte überlieferung erwähnen sondern es geht uns jetzt hier um und sie gehen zu und sagen du bist der erste Gesandte und das ist das weshalb wir das erwähnt haben du bist der erste Gesandte also nicht der erste Prophet sondern der erste Gesandte den Allah entsandt hat die Menschen auf der Erde Allah hat dich im Koran als bezeichnet als Danken der Diener siehst du nicht in was wir einem Zustrom für uns befinden siehst du nicht wie weit die Sache mit uns gegangen ist willst du nicht ein Wort einlegen für uns bei Allah und er wird dann ebenfalls antworten und sagen dass Allah zöhnt Nafsi 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 ich selbst ich selbst und dann geht die Überlieferung weiter zu gehen zu Musa zu Ibrahim zu Musa bis sie dann an meinen Propheten ankommen und der Prophet sagt ich bin dafür auserkoren worden ich bin dafür auserkoren worden und er wird sich dann vor Allah niederwerfen und er wird diese durchführen das heißt diese große für die gesamte Menschheit für Sprache einlegen für die gesamte Menschheit nicht für die Muslime sondern für die gesamte Menschheit du hast dieser Tag endet und auf jeden Fall Nuh ist der erste gesandte Allah der erste gesandte Allah den Allah zu den Menschen gesandt hat und wir hatten soweit ich mich entsinnen kann letztes Mal aufgezeigt gehabt warum Allah überhaupt Nuh zu seinem Volk gesandt hat was war der Grund gewesen was war ihre Sünde gewesen hat wir das schon erwähnt gehabt ich glaube schon oder was war ihre Sünde gewesen ja genau sie haben angefangen Götze anzubeten zum ersten Mal wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte haben sie angefangen Götze anzubeten und Allah erwähnt diese Götze auch im Koran oder zumindest einen Teil dieser Götzen und zwar in Surah Nuh und sie sagten lasst nicht von euren Göttern ab diese fünf Namen und wir hatten auch gesagt gehabt woher diese Götzen stammten und wie hier der Schaitan arbeitet mit den Menschen und zwar dass es sich hierbei um Namen von frommen und rechtsschaffenden Männern gehandelt hat für die man dann nach ihrem Tod Denkmäler errichtet hatte und dann über die Generationen hinweg die Menschen vergessen haben wer diese Männer überhaupt waren und angefangen haben diese Denkmäler anzubeten sodass sie zu Götzen wurden und hier sehen wie der Schaitan arbeitet der Schaitan lässt sich Zeit das hatten wir erwähnt gehabt es ist nur kurze Wiederholung der Schaitan erlässt sich Zeit um den Menschen in die Irre zu führen bei Gesellschaften lässt er sich über Generationen Zeit und bei einem einzelnen Menschen lässt er sich über Jahre wenn nicht über Jahrzehnte Zeit um ihn Schritt für Schritt vom Wege Allah wegzuführen und er gibt nicht auf bis zum letzten Atem zu des Menschen versucht er den Menschen in die Irre zu führen und hier noch mal diese schöne Geschichte von Iman Ahmed Ibn Hamel ich weiß nicht aber noch mal als Erinnerung als er im Sterben lag da kam Iblis zu ihm und sagte du bist konntest dich vor mir retten und dann meinte er sei still sei still warum weil solange ich noch atme kann ich immer noch vom richtigen Weg abkommen solange ich noch atme und lebe hast du die Möglichkeit noch mehr etwas ein zu flüstern und das ist genau die Absicht des Shetans gewesen und davon muss ich mich als Muslim in Acht nehmen ich muss auf der Hut sein und ich darf somit nicht in die Fußstapfen des Shetans treten wie es Allah Ta'ala an mehreren Stellen im Koran immer wieder gesagt hat dass wir nicht die Fußstapfen und die Spuren des Shetans befolgen dürfen sondern uns vor ihm schützen müssen und jetzt wollen wir heute weitermachen in der Geschichte von Nuh und zwar wir wollen schauen wie Nuh jetzt ganz konkret sein Volk zu Allah eingeladen hat und was eigentlich sein Auftrag gewesen ist sein Auftrag ist der gewesen wie es Allah in Surah Nuh auch klar und deutlich gesagt hat Das ist seine Aufgabe gewesen und jetzt schauen wir mal was Nuh daraus gemacht hat wir sehen er hat es eins zu eins so umgesetzt wie es Allah von ihm wollte er sagte mein Volk ich bin euch ein deutlicher Wahner Allah schickt ihn als Wahner und er setzt das eins zu eins um zunächst erst einmal er hat er hat eine ganz wichtige Sache für uns muslimer und zwar wenn Allah etwas von dir verlangt dann solltest du es so umsetzen wie es von dir verlangt wurde das ist gottergebenheit das ist islam und wir haben etliche geschichten hierüber von den propheten die das vorgelebt haben ibrahim Allah er verlangt von ihm seinen Sohn zu opfern und er macht das genauso wie es Allah von ihm verlangt hat ismail sein sohn sein vater sagt ihm Allah hat von mir verlangt dich zu opfern was hättest du davon und er sagt tu was dir befohlen wurde das ist islam das ist gottergebenheit gottergebenheit ist nicht dass ich mir meinen eigenen islam zusammen stelle so wie es heutzutage muss man ganz offen sagen viele muslime tun auch hier in deutschland sehr viele junge muslime stellen sich ihren eigenen islam zusammen ich gebe euch beispiele wir haben ein phänomen dass es viele jugendliche gibt viele jugendliche gibt ich spreche gerade auch von jugendlichen welche sagen alhamdul ich bin Muslim aber sich nur das aus dem islam herauspicken was ihnen gefällt gefällt wir haben die sogenannten gangster muslime die sogenannten gangster muslime die vermischen islam mit gangster rap oder ist das nicht so die vermischen islam mit gangster rap ja das ist ein richtiger magtschuss sagen aber ich bin muslim alhamdulillah aber wenn es dann darauf ankommt die gebote allahs zu befolgen so wie es sein sollte dann machen sie ihren eigenen islam ich kann sinner machen kein problem ich bin ein mann oder das haben wir doch immer wieder es gibt sogar dokus darüber ich bin ein mann aber meine frau hier muss rein sein sauber sein sagt der islam genau das sagt der islam der man darf schmutzig sein in anführungsstrichen und die frau muss rein sein nein der islam sagt zuerst zum mann spricht zu den gläubigen männern erst die männer senkt eure blicke und bewahrt eure scham und dann erst sagt er zu den frauen und spricht zu den gläubigen frauen sie sollen ihre blicke senken und ihre scham bewahren was machen sie viele der arabischen und türkischen jugendlichen denken genauso ich kann machen was ich möchte dann sagen sie ich bin ein muslim ich befolge meine eigenen gesetze sind dann teilweise noch kriminell klauen und stehen aber ja ich bin muslim das interessiert mich nicht ja und wenn es dann aber darum ankommt zu heiraten etc ja nein ich bin muslim ich mache so meine frau muss sauber sein ja sie darf noch nie einen mann gesehen haben ja was ist das für ein islam das ist in islam ja nach meinen eigenen Maßstäben das ist nicht gottergebenheit das ist alles andere als gottergebenheit gottergebenheit heißt ich bin bereit alles zu akzeptieren so wie es Allah von mir verlangt eins zu eins so wie es Nuh aleyhi sallam gemacht hat Allah hat von ihm verlangt war er dein Volk er war sein Volk nicht ich mache es so auf meine eigene Art und Weise wie ich es mir gerade gefällt und ich nehme das was mir gefällt und das andere das lasse ich beise das funktioniert nicht meine lieben Geschwister in islam Nuh aleyhi sallam er hat also jetzt sein Volk gewarnt klar und deutlich und er hatte eine klare Botschaft gehabt eine ganz klare Botschaft klar und deutlich dient Allah also dient Allah allein Ibadah gegenüber Allah allein Tauhid ich kann nicht neben Allah andere Gottheiten anbieten das nennt man Schirk Wattakuhu fürchtet Allah was ist damit gemeint habt ein ausgeprägtes Gottesbewusstsein so dass ihr die Gebote Allahs befolgt und seine Verbote und Grenzen nicht überschreitet und dann und gehorcht mir gehorcht ihm Gesandten klare Botschaften die sich auch auf uns beziehen als Muslime ich sollte Allah Ta'ala in allen Lebensbereichen dienen und hier nochmal zurück Ibadah bedeutet nicht nur ich mache mein Gebet sondern Ibadah bedeutet ich bin bereit alle Gebote Allahs so umzusetzen wie es Allah Ta'ala von mir verlangt hat und deswegen wir haben die Gelehrten das Wort Ibadah definiert erst mal Ibadah als Grundbegriff sprachlich was heißt Ibadah sprachlich linguistisch die Grundbedeutung von Ibadah was bedeutet das eigentlich Din ja ist richtig ist eine Grundbedeutung man sagt in der arabischen Sprache Tariqun Mu'abbat was heißt das ein geebneter Weg ein geebneter Weg was macht ein Weg ein Weg dient dem Menschen dazu dass sie darauf laufen können dass sie darauf fahren können also er trägt die Menschen sozusagen er steht ihnen zu Diensten und deswegen auch ein Abd ein Abd ist ein Diener ein Knecht ein Sklave wie man auch immer in welchem Kontext man das auch immer sieht und der Ibadah heißt dem entsprechend was dass ich bereit bin alles was Allah von mir verlangt umzusetzen genauso wie ein Diener bereit ist alles was sein Herr von ihm verlangt umzusetzen das ist Ibadah und es gibt eine sehr schöne Definition von Ibadah die müssen wir verstehen und zwar viele Muslime heutzutage beschränken die Ibadah auf was auf das Gebet und auf das Fasten die Hatsch kommt vielleicht noch hinzu das ist aber auch schon alles sonst leben sie ihr Leben wie sie es gerne haben möchten aber Ibadah bedeutet wie es Ibn Taymiyyah auch definiert hat Ismun Jami'un es ist ein umfassender Begriff Likulli ma yuhibbuhullahu ta'ala für alles was Allah liebt minal a'mali wal aqwal al-zahira wal-barthina von den Handlungen und den Aussagen ob sie innerlich sind oder äußerlich sind also mit anderen Worten Ibadah umfasst mein gesamtes Leben und nicht nur einen Teil meines Lebens wenn also Nuh aleyhi salam sagt an i'budullah zu deinem Volk dient Allah dann meint er natürlich damit erst einmal lasst vom Götzendienst ab aber gleichzeitig meint er damit seid bereit alles zu befolgen was von Allah ta'ala kommt und befolgt alle Gebote Allahs und nicht nur einen Teil der Gebote und deswegen was sagt Allah ta'ala über den Sinn und Zweck unserer Schöpfung in Surah al-Zahriyat heißt es wa ma khalaqtu jinn wal insa illa liya'budun und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen auf das sie mir was dienen absolut richtig auf das sie mir dienen heißt es ich muss die ganze Zeit im Gebet stehen ich muss die ganze Zeit fasten nein das kann ich ja gar nicht als Mensch sondern es bedeutet dass ich bereit bin in allen Lebensbereichen das zu befolgen was Allah ta'ala von mir verlangt hat dann mache ich Ibadah also nur Beispiele damit uns das klar wird in meiner Beziehung zum anderen Geschlecht weiß ich ganz genau wo sind die Grenzen wenn ich diese Grenzen achte und sie nicht überschreite dann ist meine Ehe mit meiner Ehefrau eine was eine Ibadah ja dann wird sogar die Intimität zwischen meiner Ehefrau und mir zu einer Ibadah das sagt nicht ich das sagt der Prophet sallallahu alayhi wa sallam und er sagte wa fi bur'i ahadikum sadaqah und im Beistaff eines jeden von euch mit seiner Ehefrau ist eine Sadaqah eine Spende wird jemand seine Lust hier befolgen und kriegt dafür auch noch Hassanat kriegt dafür noch Hassanat eine gute Tat der meinte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam wenn er es im Haram gemacht hätte hätte er nicht dafür eine Sayyia bekommen ein Wizard eine Last und genauso wenn er es im Halal macht dann kriegt er dafür was eine Sadaqah also eine gute Tat er hat gut geschrieben subhanallah Allahu Akbar das heißt ich mache etwas was jeder andere Mensch macht nur im Halal und bekomme dafür gleich Hassanat und es ist so als würde ich Allah dienen als würde ich im Gebet stehen subhanallah ist unglaublich das ist unsere Religion all die alltäglichen Dinge die ich mache wenn ich sie mit der richtigen Absicht mache wenn ich sie mit der Absicht mache ich möchte es in einem reinen Rahmen machen ist es ein Ibad ein weiteres Beispiel einmal saß der Prophet sallallahu alayhi wa sallam mit seinen Sahabern dann kam ein junger Mann an ihm vorbei der die ganze Zeit arbeitete und dann sagten einige Sahabe würde er doch diese Arbeit wäre diese Arbeit doch auf dem Wege Allahs und dann meinte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam wer sich bemüht um sich um seine Familie zu ernähren der befindet sich auf dem Wege Allahs wer hinaus geht um zu arbeiten um seine Eltern zu ernähren befindet sich auf dem Wege Allahs wer hinaus geht um zu arbeiten um sich selbst zu schützen damit man nicht betteln muss der befindet sich auf dem Wege Allahs so einfach ist aber wer hinaus geht um Geld zu verdienen nur damit er damit angibt der befindet sich auf dem Wege des Shetan das heißt deine Arbeit wenn sie halal ist und du darauf Acht gibst dass deine Arbeit halal ist das ist ganz wichtig weil viele fragen immer ja es ist so schwierig Geld zu verdienen halal sie ist als eine Ibadah sie ist als eine Ibadah und schon wird es dir leicht fallen weil du weißt ich kriege dir vor Hassanat vielleicht verdiene ich dich so viel wie der andere aber Allah gibt mir Segen weil es eine Ibadah ist und ich werde umstufen erhöht nur weil ich das mit der Absicht mache dass es halal ist subhanallah du als Schwester du verzichtest auf eine Arbeit weil du dort kein Kopftuch weil du dort kein Tropftuch tragen darfst das ist ein gutes Angebot du sagst aber ich mache es für Allah ich unterlasse es für Allah das ist eine Ibadah Allah Ta'ala würde dich nur deshalb weil du darauf verzichtet hast belohnen so als hättest du ihn angebetet und jedes Mal wenn du dann eine Arbeit findest mit der du die du mit deinem Hijab ausführen kannst ist es so als würdest du Allah anbeten subhanallah wir wollen uns nicht zu lange aufhalten wir müssen weiterkommen in der Geschichte von Noah Alayhi Salam Bewusstsein Bewusstsein dass ich immer mit diesem Bewusstsein durchs Leben gehe und weiß dass Allah mich sieht mich für das zur Rechenschaft ziehen mit was ich tun werde und befolgt den Propheten befolgt mich ja nehmt mich zum Vorbild Alhamdulillah wir können so dankbar sein Wallahi es gibt keine Religion auf der Welt keine Religion und nicht eine einzige und das kann ich wirklich sagen ganz klar und deutlich die über den Religionsstifter so viel weiß wie wir Muslime was weiß man über Jesus bitte schon wir haben die vier Evangelien alles sehr sehr vage ganz allgemeine Sachen was steht in den vier Evangelien kennt jemand von euch die Bibel hat jemand schon euch die vier Evangelien gelesen was steht da drin da steht einfach nur drin was Jesus sozusagen wie er am Ende seinen Werdegang es steht nicht mal etwas über seine Kindheit drin sondern einfach nur er war plötzlich da und dann wie er dann angefangen hat die Botschaft zu verkünden und wie er dann am Ende am Kreuz gestorben ist aus christlicher Perspektive das ist alles kaum Einzelheiten wir Muslime subhanallah wir wissen alles über unsere Propheten die intimsten Dinge kennen wir wir wissen wie er mit seinen Ehefrauen umgegangen ist selbst in den intimsten Momenten wir wissen wie er auf die Toilette gegangen ist wie er sich gewaschen hat wir wissen wie er sich die Zähne geputzt hat ganz ehrlich das weiß man nicht bei heute über einen einen heutigen Popstar weiß man das nicht mehr das weiß man nicht mehr über einen Häusch das einzige Ausnahme vielleicht irgendwelche YouTuber oder Instagramer die alles zeigen ich weiß nicht ob die auch schon mittlerweile zeigen wie auf Toilette gehen keine Ahnung aber das würde ich mich nicht wundern darüber wenn das auch gibt bestimmt gibt es sowas aber wie gesagt selbst da sind die Leute gestellt die sind gestellt die zeigen dir etwas was gar nicht in Wirklichkeit ist die zeigen nur die gute Seite von sich von unseren Propheten so wissen wir alles und er hatte eine gute Zeit aber wir wissen alles subhanallah alles wurde berichtet ja und deswegen wir haben dieses Vorbild was für eine Gnade von Allah und Nuh gesagt guck mal genau das sind die Botschaft ja Ibad für Allah Taqwa Bewusstsein und nimmt den Propheten zum Vorbild was ist aber das Problem das Problem ist sein Volk weh nicht und Allah Ta'ala er zeigt uns jetzt in verschiedenen Suren wie sein Volk darauf reagiert hat wir finden das schon in Surat Nuh wo Allah Ta'ala ganz genau darauf eingeht wie Nuh Alayhisselm Da'ua gemacht wir werden das nachher nochmal etwas näher beleuchten inshallah aber zunächst erst einmal er kommt jetzt mit dieser Botschaft und was ist ihre Reaktion Nuh Alayhisselam er sagt es meine Herr ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag aufgerufen und was ist ihre Reaktion aber mein Rufen hat sie nur in ihrer Flucht bestärkt also sie wenden sich noch mehr ab dann gewiss jedes Mal wenn ich sie aufrief damit du ihnen vergibst steckten sie ihre Finger in die Ohren überdeckten sich mit ihren Gewändern verharrten im Irrtum und verhielten sich sehr hochmütig das ist ihre erste Reaktion abwenden nicht hören wollen sogar extra ihre Finger in die Ohren stecken um erst gar nicht zuzuhören weil man Angst haben könnte man könnte dadurch beeinflusst werden positiv man hat Angst man könnte dadurch beeinflusst werden positiv und das wollten sie nicht sie wollten einfach so weiterleben wie sie es getan haben sie waren nicht mehr bereit gewesen auf die Wahrheit zu hören aber nicht nur das ist ihre Reaktion gewesen sondern Allah Ta'ala er berichtet uns an unterschiedlichen Stellen im Koran wie das Volk von Nuh Alayhi Salam jetzt reagiert hat und zwar sie haben ihn als jemanden bezeichnet der irre geleitet ist also wie ein Verrückter der auf dem falschen Dampfer ist Allah Ta'ala er sagt in Surah Araf in den Versen 60, 61 Ich nehme gleich die Übersetzung mit Inshallah er sagte oder die führende Schah aus seinem Volk sagte wir sehen dich wahrlich in deutlichem Irrtum du bist verrückt du bist auf dem falschen Weg verbreitet irgendwelche falschen Ideologien woraufhin Nuh Alayhi Salam antwortete und sagte Er sagte Oh mein Volk bei mir befindet sich kein Irrtum sondern ich bin ein Gesandter vom Herrn der Weltenbewohner Ich übermittele euch die Botschaft meines Herrn und rate euch gut und ich weiß von Allah her was ihr nicht wisst das heißt das Volk hat darauf reagiert sie wollten nicht zuhören und dann haben sie ihm vorgeworfen er würde nur irgendwelche irre Lehren verbreiten und das finden wir immer wieder auch in unserer heutigen Zeit die Muslihun die Muslihun diejenigen die versuchen etwas Gutes in der Gesellschaft zu bewirken werden häufig als Lügner dargestellt als Hochstapler dargestellt als Leute dargestellt die gefährlich seien für die Gesellschaft vor denen man sich in Acht nehmen müsse das hat sich nicht geändert ganz im Gegenteil heutzutage ist es noch extremer geworden durch den Einfluss der Medien die versuchen mit allen Mitteln alles was mit dem Islam zu tun hat als negativ darzustellen aber ist das ein Zeichen der Stunde weil der Prophet hat ja gesagt gehabt dass ein Zeichen der Stunde ist dass man dem Lügner vertrauen wird und der der die Wahrheit spricht wird man als Lügner das ist sicherlich ein Zeichen der Stunde absolut richtig ja ich gehe nachher noch mal darauf ein inshallah lass mal die Fragen inshallah am Ende lassen damit ich den Fluss verliere aber sehr gut was du erwähnt hast auf jeden Fall gar keine Frage und heutzutage ist es noch verstärkter weil die Medien es wirklich geschafft haben gute Dinge jetzt nehme ich das einfach auf was du gesagt hast als schlecht darzustellen und schlechte Dinge als gut darzustellen unser Prophet sallallahu alihi oder sein Bruder hat das schon richtig gesagt er hat gesagt es wird vor der Stunde trügerische Jahre geben trügerische Jahre in ihnen wird der Lügner oder dem Lügner geglaubt und dem Ehrlichen und der Ehrliche wird als Lügner dargestellt dem Betrüger und Verräter wird vertraut und der Vertrauenswürdige wird als Verräter dargestellt und die Rewaibida fangen an zu reden und dann fragten die Sahabe ja Resulallah wer sind diese Rewaibida und dann sagte er sallallahu alihi wasallam ein törichter Mann der über allgemeine Sachen spricht welche die gesamte Gesellschaft trefft ich meine das ist eindeutig also ich meine in Zeiten von TikTok und es glaube ich kaum noch zu übertreffen damit er über alles redet und so einen Blödsinn Leute die nie was gelernt haben nie was studiert haben die erzählen den Leuten die Leute glauben das subhanallah aber hier noch einmal vielleicht auch ganz klar ja auch vor dieser Zeit ja ist das einfach so dass immer wieder versucht wurde die Botschaft Allahs als etwas Falsches darzustellen schon zur Zeit doch unseres Propheten sallallahu alihi wassinn genau das selber sie haben sich überlegt was können wir sagen über diesen Mann manche haben gesagt er ist ein ein Zauberer manche haben gesagt er ist ein Wahrsager manche haben gesagt er ist ein Verrückter dann haben sie sich darauf geeinigt er ist ein Zauberer Er sei ein Zauberer. Man versucht also, die Wahrheit zu verändern. Und das hält natürlich auch viele Menschen davon ab. Das hält natürlich auch viele Menschen davon ab, auf die Wahrheit zu hören. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Muslime auch heutzutage, gerade auch medial sehr aktiv zu werden. Ich meine, Alhamdulillah, es gibt schon viele Muslime, die etwas tun, aber sie könnten noch viel, viel mehr tun, damit wir die Menschen erreichen. Damit wir Kanäle haben zu den Menschen, um ihnen aufzuzeigen, wie der Islam wirklich ist. Weil, ich sag's euch ganz ehrlich, die meisten Menschen wissen über den Islam so gut wie gar nichts. Das Einzige, was sie wissen, ist das, was sie aus den Medien hören. Ich rede nicht über diejenigen, die, weiß ich nicht, hier in Neukölln mit 99% Muslimanteil in die Schule gehen. Die werden wahrscheinlich was über den Islam wissen, wahrscheinlich aber auch meistens nur Falsches. Aber ich rede wirklich von dem Otto-Normalverbraucher in Deutschland. Wenn du ihn fragst, was ist Islam, das Einzige, woran er denkt, ist was? Terrorismus, Frauenunterdrückung, ja, weiß ich nicht, Genitalverstümmelung etc., all diese Dinge, ja, das ist das, woran sie denken. Das ist für sie der Islam. Und da ist es unsere Aufgabe, die Menschen aufzuklären. Und Nuh a.s., wie gesagt, er hat es versucht, mit seinen Mitteln, die ihm damals zur Verfügung standen. Aber er hat auch nicht viele Menschen damit erreichen können. Dann, eine weitere Reaktion seines Volkes ist gewesen, dass sie dann gesagt haben, die Menschen, die dich befolgen, sind Menschen von der untersten Schicht. Also kann das überhaupt nicht die Wahrheit sein. Das sind alles einfache Menschen. Die gebildeten Menschen, die reichen Menschen, die befolgen dich nicht. Sondern nur diejenigen, die ohnehin nichts im Kopf haben. Sklaven, irgendwelche armen Menschen. Und deshalb kann das gar nicht die Wahrheit sein. Weil wäre es die Wahrheit, dann müssten wir zuallererst darauf kommen, dass es die Wahrheit ist. Surat Hud, Vers Nummer 27. Nehmen wir auch gleich mal in Scha'Allah die Übersetzung mit. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشارا مثلنا. Da sagte die führende Scha' aus seinem Volk, die ungläubig war, wir sehen in dir nur einen Menschen unseresgleichen. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, ein weiteres Argument. Und jetzt kommt das Argument, was wir gerade erwähnt haben, وَمَا نَرَى كَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا Und wir sehen, dass nur die dir folgen, die unsere niedrigsten sind. بَا دِيَ الرَّعِي Und zwar ohne reifliche Überlegung. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَا نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ Und wir sehen bei euch keinen Vorzug gegenüber uns. Vielmehr meinen wir, dass ihr Lügner seid. Ein typisches Argument. Ein Argument, was auch damals die Muschilikun gegenüber wem hatten? Gegenüber dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Ich befolge doch nur die Sklaven, die einfachen Menschen. Menschen, die nicht gebetet sind. Menschen, die nicht viel im Kopf haben. Menschen, die nicht viel gelesen haben. Wie können sie die Wahrheit erkennen, während wir sie nicht erkennen und sie nicht befolgen? Und dann fügen sie noch hinzu, und zwar ohne reifliche Überlegung. Menschen, die einfach den Glauben annehmen. Ja, woran liegt das eigentlich? Ich glaube, dass heutzutage auch viele Menschen, die sehr intelligent sind, Wissenschaftler etc. nicht bereit sind, den Glauben anzunehmen. Woran liegt das? Menschen, von denen man eigentlich denken müsste, die müssten auch als erstes darauf kommen. Einer der Gründe ist, dass viele Menschen geblendet sind durch das, was sie gelernt haben. Eine gewisse Form von Hochmut entwickelt haben. Und glauben, sie würden so und so alles besser wissen. Ich gebe euch ein Beispiel. Gestern kam ein Bruder zu mir, nach dem Unterricht oder vor dem Unterricht, ich weiß nicht mehr genau. Und er meinte, er hat zufällig seinen Lehrer getroffen. In der U-Bahn. Und dann haben sie sich unterhalten und da hat er ihn gefragt, ja wo gehst du denn hin? Und er meinte, ja ich gehe in die Moschee. Und dann hat er angefangen, ihm etwas über den Islam erzählen zu wollen. Also der Lehrer, der nicht Muslim ist, hat angefangen, ihm etwas über den Islam erzählen zu wollen. Ja, im Koran steht auch das und jenes und weiß ich nicht was. Mit einem gewissen Hochmut. So, ich weiß so und so alles besser. Also der Islam, der ist ja so und so eine minderwertige Religion von irgendwelchen Wüsten-Arabern. Ja, das kann nicht richtig sein, wir sind hier im Westen in der Gesellschaft, wir sind gebetet, wir sind die Erste Welt, das ist die Dritte Welt. Das ist eine Form von Hochmut. Genauso wie es hier gesagt wird. Das ist genau dasselbe nicht. Kein Unterschied. Ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt. Sehr, sehr oft erlebt in Gesprächen, gerade mit gebeteten Menschen. Und gerade bei Leuten, die eher einfacher sind, merkst du, sie haben eine gewisse Offenheit, Subhanallah. Du redest dir auch, krass, habe ich eigentlich schon immer so gedacht. So habe ich eigentlich schon immer die Dinge gesehen. Ich habe schon oft mit Nicht-Muslimen gesprochen, wenn du da mit ihnen redest, dann hast du das Gefühl, so von der Viertel her, die sind offen. Und dann, während gerade Menschen, die sehr stark gebetet sind, auf dich herabschauen und denken, ja, wir sind hier im Westen, wir haben die Kultur, wir haben die Zivilisation. Es kann niemals sein, dass irgendeine Religion aus Arabien von irgendeinem Wüsten-Araber die Wahrheit gebracht hat. Hochmut. Es ist Hochmut, der die Menschen abhält. Und auch Wissen kann dich blind machen. Wissen kann dich blind machen. Und Wissen kann zu Hochmut führen. Und deswegen muss ich da aufpassen. Und ich brauche mich nicht wundern, warum dann bestimmte Menschen, von denen du eigentlich denkst, die sind klug, nicht bereiten sich überhaupt damit auseinander. Und wenn dann überhaupt, von vornherein mit einer negativen Einstellung. Und jeder, jemand, der mit einer negativen Einstellung an die Sache herangeht, der wird immer nach Fehlern suchen. Und er wird dann aus seiner Sicht die Fehler finden und denkt, ja, er wäre höher als diese einfachen Muslime. Und das merkst du immer wieder. Gerade auch hier im Westen ist das sehr, sehr stark verbreitet. Sehr, sehr stark verbreitet. Alleine wie man auf die muslimische Geschichte blickt. Man hat das Gefühl, man würde in jeder Hinsicht als westliche christliche Kultur über die muslimischen Kultur stehen. Und das siehst du schon an den Geschichtsbüchern. In den Geschichtsbüchern wird von der gesamten Geschichte vielleicht nur ein, zwei Seiten etwas über die arabische Kultur gesprochen. Und dann wird auch immer nur gesagt, das Einzige, was dann immer dort steht ist, ja, dass die Araber dann dem glorreichen Westen das Wissen der Griechen übermittelt haben. Ah, das heißt, die Araber sind Postboten gewesen. Super, aber nicht mehr. Selbst haben sie nichts davon. Selbst haben sie nichts beigetragen zur Zivilisation. Völliger Unsinn. Das ist eine Geschichtsverfälschung. Aber das denken viele Menschen. Und das macht sie natürlich blind vor Hochmut. Weil sie denken, sie stehen über uns. Und sie seien besser als die Muslime. Und vergessen dabei, dass die Religion, die sie befolgen, aus derselben Region stammt wie der Islam. Die Religion, die sie befolgen, wenn sie sie überhaupt noch befolgen, nämlich das Christentum. Woher kommt das? Das kommt aus dem Nahen Osten. Genau aus dieser Region, auf die sie so herabschauen. Subhanallah. Das ist so widersprüchlich. Dann denkst du, das ist ein Widerspruch. Sie sind gegen das Kopftuch. Und die Mutter ihres Religionsstifters, nämlich Isa, trägt Kopftuch. Das heißt, sie hetzen gegen muslimische Frauen, weil sie Kopftuch tragen. Obwohl die Mutter ihres Religionsstifters ein Kopftuch getragen hat. Und zwar auf allen Bildern. Und darüber sind sich alle einig. Was für ein Widerspruch. Ja, man blickt herab. Man denkt, Jesus sei auch ein weißer, europäischer Mann gewesen. Hier ist es für ein Jude gewesen. Er sah genau so aus wie die heutigen Araben. Genau so. Also würde heute Isa, aleyhisselam leben, würde man denken, er ist ein Araber. Subhanallah. Würde er hier in Neukölln rumlaufen, dann würde man ihn nicht unterscheiden können. Subhanallah. Ja. Und heute, was macht das gemacht? Er blickt herab. Ja, guck mal, die KW-Trämer, das ist nicht was. Ja, ihr befolgt doch genau diese Religion, die aus dieser Region stammt, Subhanallah. Musa aleyhisselam, wie sah er aus? War er helllich oder dunkelhäutig? Dunkelhäutig. Aber richtig dunkelhäutig. Man würde denken, als Afrikaner. Subhanallah. Ja, aber es ist dieser Hochmut, der die Menschen blind macht. Und genau so haben sie reagiert. Das können wir nicht befolgen. Das sind doch nur so einfache Menschen. Warum sind aber die einfachen Menschen häufig bereit, direkt zu befolgen? Weil ihre Füttr rein ist. Ihre Füttr ist rein. Ihre natürliche Veranlagung, wie Allah sie erschaffen hat. Und deswegen, wenn du mit ihnen sprichst, und sie dann zum ersten Mal etwas über den Islam hören, dann sagst du, boah, habe ich schon so oft erlebt, Subhanallah. Das ist eigentlich genau das, was ich immer gedacht habe. Genau so habe ich die Welt gesehen. Und sie sind absolut verblüfft, dass sie das vorher nicht gewusst haben, dass ihnen diese Wahrheit vorenthalten wurde und ihnen einfach nicht aufgezeigt wurde. Das ist der Grund. Und deswegen ist es so wichtig, meine lieben Geschwister im Islam, eine Lehre, die wir daraus ziehen müssen. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen, dass irgendwie alle Deutschen, weiß ich nicht, was gegen den Islam sind. Die meisten haben einfach nur Vorurteile, weil sie es nur so gelernt haben. Aber wenn du mit ihnen dann redest, ganz offen, als Nachbar, als Kommilitone, als Kollege auf Arbeit, als Mitschüler in der Schule, dann sind sie völlig offen, haben überhaupt kein Problem damit. Aber die Medien geben uns den Eindruck, alle Deutschen wären gegen den Islam. Das ist überhaupt nicht so. Die meisten sind einfach nur Mitläufer. Und denen ist es eigentlich völlig egal. Und die wissen überhaupt nicht, was Islam ist. Und meine Aufgabe ist es, diese Menschen zu erreichen. Diese Ideologen, die die ganze Zeit Tag und Nacht gegen den Islam hitzen, die kann ich nicht erreichen. Die will ich auch gar nicht erreichen. Ich will den einfachen Menschen erreichen, der offen ist, der noch eine reine Förder hat. Weil ihn kann ich wirklich erreichen, wenn ich mit ihm Dauer mache. Und jetzt ein weiteres Argument, was sie vorgebracht haben, wie sie darauf reagiert haben. Du bist doch nur ein Mensch, wie wir es sind. Ja, was wollen sie denn haben, ein Engel? Sobraner, das ist das für ein Argument, aber so argumentieren die Menschen immer wieder. Was willst du denn haben, bis die Engel vom Himmel herabkommen, dass du sie sehen kannst? Und Allah Ta'ala, er sagt im Koran, selbst wenn wir auf sie eng herab sind würden, sie würden trotzdem nicht glauben. Weil sie einfach nicht glauben wollen, Punkt. Das ist einfach eine Einstellung. Es ist einfach eine Einstellung. Sie wollen nicht glauben. Und Allah Ta'ala, er sagt, Allah, dass die Menschen, welche die Wahrheit am jüngsten Tag erkennen werden, wenn sie noch einmal in die Dunja kommen würden, sie würden wieder rückfällig werden. Weil es ist einfach die Einstellung. Ich möchte das einfach nicht. Ich möchte nicht Gott ergeben sein. Das heißt, das Volk von Nuh Aleyhis Salam, es wehrt sich jetzt gegen diese Da'awa. Diese Da'awa von Nuh Aleyhis Salam. Gibt Nuh Aleyhis Salam auf? Nein, ganz im Gegenteil. Er hat eine Botschaft zu verkünden und er verkündet diese Botschaft. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre für uns. Wir dürfen nicht gleich aufgeben, nur weil wir merken, ja, die Leute wollen uns so und so nicht. Und irgendwie geht das nicht weiter. Nein, ich habe, ich achte nicht auf die Ergebnisse. Wenn nur Halehis Salam auf die Ergebnisse geachtet hätte, hätte er schon längst aufgegeben. Aber er hat 950 Jahre lang Dauer gemacht. Und am Ende waren es vielleicht zwischen 80 und 200 Menschen, die ihn befolgten. 80 oder 200 Menschen. Das ist das. Nichts. Aber er hat nicht aufgegeben. Weil es kommt nicht auf das Ergebnis an, sondern es kommt darauf an, was du tust. Deine Aufgabe ist es, eine Botschaft zu verkünden. Ob die Menschen diese Botschaft annehmen oder ob sie diese Botschaft nicht annehmen, das liegt nicht an dir. Sondern deine Aufgabe ist es, so zu handeln, wie Allah Ta'ala von unserem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam es verlangt hat. O Gesandter, verkünde, was auf dich von deinem Herrn herabgesandt wurde. Und du als Da'i, als Muslim, verkündest. Und den Rest überlässt du Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Was hat jetzt Allah Ta'ala gemacht? Allah Ta'ala, er beschreibt es. Er hat nicht einfach gesagt, sie wollen nicht hören und sie wenden sich noch mehr ab. Sondern, nachdem er das genannt hat, dass sie ihre Gewänder sich über die Köpfe ziehen und dass sie ihre Finger in ihre Ohren stecken, sagt er, Und danach habe ich was gemacht. Hierauf richtete ich an sie den Ruf dann öffentlich. Also nicht mal nur im Geheimen, sondern ich habe sie öffentlich eingeladen zu Allah. Hierauf sprach ich zu ihnen offen und ganz im Geheimen. Also, er hat jede Möglichkeit genutzt, die ihm damals zur Verfügung stand. Wenn er gemerkt hat, ein Weg ist versperrt, dann hat er sich auf den nächsten Weg konzentriert. Ein Mittel funktioniert nicht, dann hat er das andere Mittel ausprobiert, um die Menschen in irgendeiner Weise zu erreichen. Er hat auch inhaltlich es immer wieder anders versucht. Er hat sie mal gewarnt und das ist auch wichtig, man muss sich warnen, man muss sich den Menschen auch ganz klar sagen. Wenn du weiterhin so handelst, wie du handelst und nicht bereit bist, die Wahrheit zu befolgen, dann musst du mit Konsequenzen rechnen. Es gibt eine Strafe am jüngsten Tag. Und wenn du erstmal von dieser Welt weg bist, kannst du das nicht wieder gut machen. Manche Menschen brauchen die Warnung. Aber gleichzeitig auch versuche ich den Menschen frohe Botschaft zu übermitteln. Und genau das tat auch Nuh a.s. Nur Nuh a.s. hat es auf die gute Weise versucht, indem er nämlich dann zu ihnen gesagt hat, Ich sagte, bittet euren Herren um Vergebung. Er ist der Allvergebung, dass ich ihnen einfach Hoffnung mache und ihnen aufzeige, dass die Religion ihnen einen Mehrwert in ihrem Leben gibt. So wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden. Und diese Methode ist auch unglaublich wichtig. Diese Sanftmütigkeit in der Daua ist unglaublich wichtig. Und Allah Ta'ala hat diese Sanftmütigkeit sogar verlangt bei den schlimmsten Feinden der Propheten. Nämlich bei Pharao. Als er nämlich Musa und Harun zu Pharao schickte, was sagte Allah Ta'ala zu ihnen? إِذْهَبَا إِلَا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَحَا Geht zu Pharao, er hat die Grenzen überschritten. فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ So sagt zu ihm weiche Worte. Guck mal, Pharao, normalerweise müsste man denken, er braucht harte Worte. Nein, versucht erstmal sein Herz zu erreichen. Sagt zu ihm weiche Worte. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ Vielleicht wird er darüber nachdenken. أَوْ يَخْشَةُ Oder Gott ist fürchtig wert. Ich muss also versuchen, verschiedene Methoden anzuwenden. Und schauen, dass ich immer in der jeweiligen Situation die richtige Methode suche. Weil jedes Herz hat einen anderen Schlüssel. Es gibt manche Menschen, die brauchen Härte. Das siehst du auch manchmal bei Jugendlichen. Es gibt so Jugendliche, die brauchen richtig harte Vorträge. Die fangen erst an zu beten, wenn sie den richtigen Schirch haben, der die ganze Zeit rumschreit. Ja, richtig peitscht. Und dann fängt er an. Und dann gibt es wiederum, ich habe das immer wieder auch manchmal, kriege ich Kommentare auf YouTube. Ja, kannst du dich ein bisschen sozusagen leiser reden? Ja, es sind halt unterschiedliche Methoden. Unterschiedliche Methoden. Es gibt manche, die mögen das überhaupt nicht. Gar nicht, dass jemand schreit. Die hören sich solche Vorträge überhaupt nicht an. Sagen, was ist das denn? Meine Ohren tun weh. Und wollen lieber jemanden hören, der leise redet, schön redet, die ganze Zeit lächelt. Und die anderen brauchen jemanden, der die ganze Zeit rumschreit. Unterschiedliche Menschen, subhanallah. Und je nachdem, wer vor mir ist, muss ich eine andere Methode wählen. Je nachdem, unser Prophet, subhanallah, hat das auch gemacht. Je nachdem, wer bei ihm war, hat er eine andere Methode gewählt, subhanallah, subhanallah. Ich kann nicht mit jedem gleich reden. Ich kann nicht mit einer Schwester genauso reden wie mit einem Bruder. Bruder nehme ich und haue ihm auf den Rücken, fange an zu beten. Funktioniert manchmal bei meinen Dingen. Mit meiner Schwester. Würde das nicht wahrscheinlich funktionieren. Es kommt immer darauf an, wer ist das, der gerade vor mir ist. Wie alt ist er? Aus welchem sozialen Kontext kommt er? Etc. All das muss ich berücksichtigen. Und das hat auch Nuh a.s. getan, subhanallah. Er hat alles ausprobiert. Aber am Ende hat alles nichts gebracht. Sie wollten einfach nicht. Ganz im Gegenteil. Sie wurden nur noch schlimmer. Und inshallah werden wir in der kommenden Woche jetzt darüber sprechen, was Allah ta'ala nachdem das Volk von Nuh a.s. alles abgelehnt hat, jedes Angebot von Nuh abgelehnt hat, was Allah ta'ala dann von Nuh a.s. verlangt hat. Dazu aber noch mehr in der kommenden Woche. Jazakum Allahu khairin für eure Aufmerksamkeit. Subhanallah wa bihamdik, in shadoan la ilaha illa and. Nes takfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr inna al-insane lafi khusr. Illa ladhina ammanu amilu salihati, watawasab al-haqqi, watawasab al-sabr.